Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Chrombacher Pilz 9,99 Euro. Tassimo oder Jakobs Kaffeekapseln 3,99 Euro. Bauerngut Leberwurst 1 Euro. Gut und günstig Minutensteaks 2,99 Euro. Hähnchenfilet geschnetzeltes 5,99 Euro. Salami mediterran 1,89 Euro. Edeka Bio Frischkäse 99 Cent. Bananen 1 Kilogramm 99 Cent. Tomaten 500 Gramm Schale 99 Cent. Bio Spanien Salat Gurken 66 Cent. Bio Tafeltrauben 500 Gramm Schale 1,99 Euro. Iglo Fischstäbchen 2,99 Euro. Edeka Kartoffel Gemüse Puffer 1,99 Euro. Blockhouse Burger 7,49 Euro. Edeka Weizenglück 1,49 Euro. Reis Fit 8 Minuten Reis 2,22 Euro. Dr. Oetker Seelenwärmer 69 Cent. Toblerone 100 Gramm Packung 1,69 Euro. Purina One 3,49 Euro. Kerrygold Extra oder Butter 1,59 Euro. Danone Aktimel Drink 2,22 Euro. Olympus Schafskäse 1,79 Euro. Edeka Bio gekochte Mettwurst 99 Cent. Köln Blütenzarte 1,19 Euro. Hack Apfelmus 99 Cent. Remia Fritzsoße 1,29 Euro. Maggi Spaghetti Bolognese 1,59 Euro. Edo Filter Kaffee 4,29 Euro. Coffee B Coffee Balls 2,49 Euro. Ritter Sport Schokowürfel oder Amicelli 1,88 Euro. Gut und günstig Weltmeisterbrot 1,99 Euro. Germeter Quelle Mineralwasser 5,49 Euro. Vitrex natürliches Mineralwasser 69 Cent. Amecke Sanfte 1,49 Euro. Geroldsteiner Erfrischungsgetränke 99 Cent. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.